jo jo liebe leute ich habe mir überlegt dass ich über die wintertage mit dem streamen weil ich habe mir überlegt dass ich doch jetzt mal wieder ein bisschen öfters meine fresse in die kamera halte dass ich immer von 18 bis 19 uhr in der woche immer ein stream mache und würde mich freuen wenn ihr dabei seid und wir wieder uns nett wie damals wie früher unterhalten können bis dahin sage ich bei bei bei